Hallo, ich bin Sonja von Kirschner Communications, die englische Sprachexpertin mit Geschäftssinn, wie der Slogan leutet. Jetzt wissen Sie, wer die englische Sprachexpertin hinter Kirschner Communications ist. Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, was genau es ist, das ich mache, von dem ich behaupte, darin gut zu sein. Die Antwort auf diese Frage ist, von meinem Blickwinkel aus betrachtet, ziemlich einfach. Ich helfe deutschsprachigen Unternehmen, groß, mittel, aber auch klein, in den britischen Markt einzudringen, sich in diesen zu etablieren und in diesen schließlich wirtschaftliche Erfolge zu erzielen. Das funktioniert natürlich auch in die entgegengesetzte Richtung mit englischsprachigen Unternehmen, die sich den deutschsprachigen Märkten annähern wollen. Sollten Sie deshalb der Eigentümer, der Vertriebsleiter oder vielleicht jemand anders sein, der direkt für den Erfolg und das Wachstum Ihres Unternehmens verantwortlich ist? Und sollten Sie über keine personellen Ressourcen mit den relevanten sprachlichen und kulturellen Fähigkeiten verfügen, die die Komplexität der Geschäfts- als auch der Wirtschaftswelt verstehen und die Sie dabei unterstützen können, in einer der größten Wirtschaften der Europäischen Union zu wachsen? Dann sollten Sie mich mit einbeziehen. Ich kann Ihr Unternehmen zusammen mit Ihren Produkten und Dienstleistungen vertreten. Ich kann als die englisch-deutsche Zwischenstelle zwischen Ihnen und Ihren Klienten und Kunden agieren. Ich kann für Sie jene Projekte koordinieren, die Ihnen am wichtigsten sind. Einfach gesagt, ich kann Sachen in Bewegung bringen und diese für Sie erledigen. Ich habe wertvolle Fähigkeiten, eine relevante Erfahrung und eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz, Unternehmen nicht nur dabei zu unterstützen, sich in den relevanten Märkten zu bestätigen, sondern auch für diese potenzielle Möglichkeiten zu Ihren Gunsten zu verarbeiten. Ich bin eine qualifizierte Übersetzerin und Dolmetscherin und habe auch einen Magisterabschluss in interkultureller Kommunikation. Dies unterstreicht und unterstützt natürlich meine Arbeit, um das, von dem ich behaupte, da in gut zu sein. Es verleiht auch das gewisse Etwas meinen Fähigkeiten, meinen Dienstleistungen und den gesamten Sprach- und Kulturpaket, das ich anbiete und von dem Sie als auch Ihr Unternehmen profitieren können. Also, sollte ich bei Ihnen das Interesse erweckt haben, können Sie sich bei meiner Webseite kirschnercommunications.com umsehen, um mehr über meine Dienstleistungen als auch mich selbst zu erfahren. Haben Sie ein bestimmtes Projekt in der Pipeline oder arbeiten gerade an etwas Interessantem und denken, Sie bräuchten eine professionelle sprachliche und kulturelle Unterstützung? Dann würde ich mich freuen, wenn Sie mich kontaktierten. Ich würde Ihnen gerne bei Ihrer Arbeit und Ihren Projekten helfen und Sie bei diesen unterstützen. Zum Abschluss, sollten Sie generell an englisch-deutscher Geschäftskommunikation interessiert sein und sich bei meinem Newsletter, der alle zwei Wochen herauskommt, noch nicht angemeldet haben, dann sollten Sie dies auf alle Fälle tun. Wenn Sie auf der Liste sind, schicke ich Ihnen jeden zweiten Dienstag eine kurze, jedoch wertvolle und praktische Auswahl an englisch-deutschen Geschäftsphrasen zu. Ich freue mich darauf, Sie willkommen zu heißen. Das ist heute alles von mir. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, dann klicken Sie auf Gefällt mir und teilen Sie es mit allen Ihren Freunden auf den verschiedensten sozialen Medienseiten. Vielen Dank fürs Zusehen!